Hi, mein Name ist Michael Menning von Menning Hörensehner Leben und ich werde in Hörgeräteanpassungen oft gefragt, warum muss ich Hörgeräte trocknen? Warum muss ich Hörgeräte trocknen? Grundsätzlich ist es so, dass wir durch unsere Kopfwärme, Körperwärme, Feuchtigkeit, Kondenswasser am Kopf entsteht. Im Sommer habt ihr es ganz offensichtlich, ihr schwitzt und diese Feuchtigkeit, die geht einfach gerne in die kleinen Öffnungen bei Hörgeräten hinein. Sei es, ich habe auf dem Ohr Hörgeräte oder auch das Gegenstück dazu, ein kleines Im-Ohr-Hörgerät. Und um diesem Reparaturrisiko letzten Endes vorzubeugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Hörgerät oder deine Hörgeräte zu trocknen. Eine Möglichkeit davon, die einfachste von allen, ist eine Trockendose. Ihr habt hierzu eine Trockenkapsel, die wird aus der Verpackung herausgedrückt. Hält dann ca. 6 Wochen und ich lege nach dem Reinigen die Hörgeräte mit hinein und schraube über Nacht das Ganze zu. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, ein elektrisches Trockengerät, was also von der Wirksamkeit um ein Vielfaches höher ist, wäre diese Variante. Wird einmal am Strom angeschlossen und dann lege ich die Hörgeräte hinein, drücke auf den Knopf und dann wird über Nacht die Feuchtigkeit den Hörgeräten entzogen. Gleichzeitig ist in diesem Fall noch eine kleine UV-Lampe vorhanden, die also übrig gebliebene Bakterien und Keime beseitigt. Von daher in zweierlei Hinsicht sehr empfehlenswert. Dann bei modernen Hörgeräten mit Akku ist es so, dass ihr mitunter nicht die Möglichkeit habt, so etwas zu nutzen. Weil dafür muss ich ja letztendlich das Hörgerät entweder hier reinlegen oder in die Akku-Ladestation. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, das ist diese hier. Wenn ich solch eine Ladestation habe, dann habe ich wie eine kleine Käseglocke, die ich im Nachgang, nachdem ich die Hörgeräte fürs Laden eingelegt habe, drüber stelle und auch hier den Trocknungsvorgang starten kann. Das wäre die nächste Möglichkeit. Und last but not least, ich habe eine Ladestation, in der hier oben eine Reinigung, eine Reinigung, entschuldige bitte, eine Trockenkapsel eingelegt werden kann. Und dann kann ich danach das Ganze schließen, die Hörgeräte laden und gleichzeitig werden sie eben auch getrocknet. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid zum Thema Trocknen von Hörgeräten. Also nochmal abschließend die Empfehlung, bitte jeden Tag trocknen, weil einfach 80% der eingeschickten Hörgeräte wegen Reparaturen, wegen Feuchtigkeit kaputt sind. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.